Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute, um euch ein Bild vorzustellen, mein erstes Gesicht, was ich als Intarsienbild erarbeitet habe. Es wird davon kein Video, also von der Herstellung kein Video geben, weil ich das schon mehrfach gezeigt habe. Und wer, wen das interessiert, wie ich Intarsien schneide und herstelle, der kann sich das in einem anderen Video angucken. Das blende ich mal ein. Und ja, weil trotz dass es kein Herstellungsvideo gibt, möchte ich euch das trotzdem nicht vorenthalten, weil ich mich schon freue und stolz darauf bin, dass mir das so gut gelungen ist. Ja, bevor ich das mal ein bisschen näher zeige und auch noch ein paar Bilder einblende, will ich euch erst einmal zeigen, dass ich hier das gezeichnete Motiv habe, wohlgemerkt oder besser gesagt nachgezeichnet. Das so gut zeichnen kann ich noch nicht, sondern ich habe das Motiv im Netz gefunden, habe das ausgedruckt, Transparenzzeichenpapier drüber gelegt. Ich schwenke das mal ein bisschen, falls es blendet. Transparenzzeichenpapier drüber gelegt und dann nachgezeichnet. Das brauche ich, um das dann wieder seitenverkehrt auf die Rückseite des Grundfurniers aufzubringen. Und wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen aus der Nähe angucken, dann sieht man wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick, aber im Grunde genommen ist das hier, ich schwenke das auch mal, dass man es deutlicher sieht. Das ist Maserbirge. Und die meisten Teile des Gesichtes sind auch Maserbirge. Eben dunkel gefärbt durch heißen Sand, in dem ich es gesenkt habe. Und das Schwarze, das ist Birnenvernier mit einer speziellen Methode. Das habe ich eingelegt und schwarz gefärbt, aber keine Beize und nichts. Das ist eine andere Methode. Das würde jetzt zu weit führen. Und eine andere Methode. Das ist 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 eine andere Methode. Das war ein Jahrhaling. Wenn Sie dann auch Patienten zu sprechen, dann verabschieden. Wir sind schon wieder ein paar Tage. Und jetzt Ich möchte die Idee aufgreifen, die er geboren hat, oder vielleicht auch mit anderen zusammen, dass wir diejenigen, die im deutschsprachigen Raum Videos veröffentlichen, also die Holzwerker, dass wir uns gegenseitig ein bisschen unterstützen und den einen oder anderen Kanal, der uns auch gefällt, weiterempfehlen. Nun, für heute war es mir ein bisschen zu kurzfristig, konnte mich darauf nicht vorbereiten, aber ich werde mich auf alle Fälle revanchieren. So, und jetzt noch ein paar Bilder und ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.